Moin Leute, der VDE hat ein Positionspapier bezüglich Balkonsollagen rausgebracht. Und zwar sollen statt 600 Watt künftig 800 Watt als Grenze gelten, Schuko-Stecker erlaubt werden und sogar rückwärtsdrehende Zähler okay sein. Also krasse Nummer. Und der Netzbetreiber soll bei der Anmeldung nur noch informiert werden. Klingt nach einem Träumchen, oder? Ich habe mit dem VDE telefoniert und mir hier nochmal zusätzliche Details geben lassen. Natürlich in Zusammenarbeit mit euch, also der Community. Und da ging es darum, wie verbindlich ist das zum Beispiel? Wann kommt das und was passiert jetzt genau? Und in wessen Hand liegt das überhaupt? Ja, fangen wir mit dem Thema 600 zu 800 Watt an. Auf europäischer Ebene gilt die sogenannte Bagatellgrenze. Also mal umgangssprachlich formuliert, die Einspeiseleistung, die einfach keinen juckt. Die liegt also EU-weit gesehen bei 800 Watt und in Deutschland liegen wir bei 600 Watt. Der VDE schlägt hier jetzt vor, das entsprechende Gesetz dafür zu ändern. Also das ist jetzt ein Vorschlag an den Gesetzgeber. Und das ist dann die elektrotechnische Eigenschaftennachweisverordnung, kurz NELEV. Die muss geändert werden. Der VDE hat hier aber keinen direkten Einfluss. Das muss man sich halt klar machen, sondern das ist nur als Vorschlag zu verstehen. Was der Gesetzgeber dann daraus macht, ist nicht klar. Ihr könnt aber hier in diesem Video nochmal die technischen Hintergründe finden. Da habe ich das wirklich alles nochmal relativ detailliert erklärt. Der zweite Punkt ist, die Anlagen dürfen an jedem Zähler betrieben werden. Zumindest ist das der Vorschlag. Das finde ich eigentlich den geilsten Punkt, denn bisher mussten Leute für eine poplige 600 Watt Anlage sehr oft den Zähler tauschen lassen, beziehungsweise konnten die Solaranlage, die Balkonsolaranlage nicht in Betrieb nehmen. Begründung ist, ältere Ferrariszähler, also die mit der Scheibe, also mit dieser Drehscheibe, die kennt ihr wahrscheinlich alle, die drehen dann halt rückwärts. Also wenn ich quasi nicht alles verbrauche, was da reinkommt, dann dreht er wirklich rückwärts. Ja, der VDE weist hier nochmals darauf hin, dass die Verantwortung für den Zählertausch ja beim Netzbetreiber liegt und nicht beim Verbraucher. Und deswegen, den Balkonkraftwerken sollte das deswegen einfach nicht im Wege stehen. Das klingt für mich eigentlich ziemlich sinnvoll. Und der VDE hat auch nochmals betont, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie den Zählertausch auf neue, moderne, digitale Zähler zu behindern oder zu verlangsamen. Also das soll auf gar keinen Fall geschehen, denn diese neuen Zähler brauchen wir. Und zwar für ein zukünftiges Smart Grid. Also zum Beispiel für dynamische und stundenbasierte Tarife, so wie ich es jetzt gerade auch teste. Das ist ziemlich cool. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt vermutlich in der Umstellung unseres Stromnetzes. Natürlich muss man auch sagen, was die Leute mit bereits neuen Zähler betrifft, so muss der Gesetzgeber das irgendwie regeln. Denn hier, das wäre ja ein bisschen unfair. Das heißt, wenn ich einen neuen Zähler habe, dann habe ich nur das, was ich selber verbrauche, quasi gespart. Wenn ich aber so einen alten Ferraris-Zähler hätte, dann würde er wirklich rückwärts laufen und ich würde den vollen Strompreis quasi negativ bekommen, was natürlich irgendwie cool ist. Trotzdem muss man sagen, dass natürlich der Eigenverbrauch hier bei so einer kleinen Anlage auf jeden Fall das größere Ding ist, sodass das in meinen Augen jetzt kein wirklicher Hindernisgrund sein sollte. Also wir reden jetzt hier von nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt hier wirklich irgendwie eine große Diskussion aufzumachen. Denn der Vorschlag ist insgesamt super und er würde wirklich für viele Menschen einen echten Anreiz schaffen. Und das finde ich doch jetzt eigentlich deutlich wichtiger, als dass man jetzt sagt, ich finde das irgendwie unfair oder fühle mich nicht gut behandelt. Leider ist es auch so, dass diese Änderungen wieder eine Änderung durch den Gesetzgeber bedürfen. Das heißt, der VDE hat hier im Endeffekt gar keinen direkten Einfluss. Das ist auch wieder nur als Vorschlag an den Gesetzgeber zu sehen. Ich komme aber gleich nochmal ein bisschen näher darauf zu sprechen. Okay, der nächste Punkt. Die Anmeldung soll vereinfacht werden. Also hier war ich mir nicht 100 Prozent sicher, aber ich erkläre es mal so, wie ich es verstanden habe. Wenn ich meine PV-Anlage oder meine Balkonsolaranlage in dem Fall anmelde, dann mache ich das erst beim Marktstamm-Datenregister von der Bundesnetzagentur. Das ist so eine Webseite. Und die sendet das dann zum jeweiligen Netzbetreiber. Und der wiederum kann dann nach gut dünken entscheiden tatsächlich. Also der muss dann entscheiden, wird die zugelassen oder nicht. Und diese Kette, die soll, soweit ich verstanden haben, bei der Bundesnetzagentur ändern. Das heißt, dass der Netzbetreiber eben nicht mehr sagen kann, ich erlaube dir das nicht. Das wäre ein mega Fortschritt und würde die Anmeldung zumindest bei schwierigen Netzbetreibern, es gibt auch echt nette, also wir haben ja zum Beispiel sehr viel Glück, erheblich vereinfachen. Auch hier ist das wieder als Vorschlag für den Gesetzgeber zu verstehen. Und auch hier hat der VDE leider keinen direkten Einfluss. Aber wie schon gesagt, darauf komme ich gleich nochmal. So, und jetzt kommt der richtig geile Punkt, die verfluchten Schuko-Stecker. Weil wie sehr mir das auf den Sack geht. Also diese verdammte Diskussion darüber schon seit Jahren. Der VDE möchte hier tatsächlich seine eigenen Normen anpassen und empfiehlt nach wie vor aus Sicherheitsgründen die Installation durch einen Fachmann und die Nutzung einer Einspeisesteckdose. Je nachdem kann auch ein Tausch des Leitungsschutzschalters nötig werden und so weiter. Also das ist jetzt wirklich auch gerechtfertigt, das ist kein Quatsch, sondern da geht es wirklich um die Sicherheit. Ich kann euch auch wirklich hier nur mein Video empfehlen, da habe ich es nochmal detaillierter erklärt. Okay, aber tatsächlich werden Schuko-Stecker nun bis 800 Watt ausdrücklich geduldet. Also das heißt, der VDE sagt, wir haben jetzt zumindest nichts mehr dagegen. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gute Sache. Hier geht es jetzt wirklich um eine Norm beim VDE, also keine Änderung beim Gesetzgeber nötig. Also das wird dann in aller Voraussicht auch kommen. Ich erkläre euch aber auch gleich noch, wie die nächsten konkrete Schritte aussehen. Also kann man jetzt hier echt mal sagen, diese Schuko-Stecker-Scheiße hat jetzt hier, glaube ich, einfach mal ein Ende. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf diese Diskussion, darüber freue ich mich wirklich total. Der letzte Punkt betrifft die Sicherheit der Anlagen. Der VDE legt jetzt hier eine Norm vor und das ist wirklich die weltweit erste Norm zu dem Thema. Und zwar zum Thema Gesamtkonzept steckerfertige Balkonsolaranlage. Also die Hersteller von wirklich komplett steckerfertigen Balkonsolaranlagen können sich dann nach dieser Norm bei einem Prüfungsinstitut zertifizieren lassen. Und ihr habt dann die Sicherheit, dass sicherheitstechnisch quasi alles auf einem guten Stand ist. Wenn ihr euch die Anlage aber selber zusammenstellt, beziehungsweise in Einzelteilen kauft, betrifft euch das also nicht. Genauso wenig ist das jetzt als Pflicht zu verstehen, sondern es ist eine Möglichkeit für euch, wenn ihr technisch zum Beispiel nicht so versiert seid, eine sichere Anlage zu kaufen und da einfach ein bisschen mehr sicheres Gefühl zu kriegen und mehr ist es tatsächlich nicht. Also so wurde es mir erklärt. Wie gesagt, das ist ebenfalls eine Norm und daher in der Hand ist VDE. Der Gesetzgeber hat hiermit jetzt auch nichts zu tun. Ja, die letzte große Frage und das, glaube ich, war eine Frage, die mir sehr viele gestellt haben. Wird das umgesetzt? Vor allem wann? Also was ist mit den Gesetzesänderungen? Also zum Beispiel die 800 Watt, der Zähler und die vereinfachte Anmeldung. Hier kann man tatsächlich nur sagen, dass der VDE hier nur einen Vorschlag macht. Ob und wann der Gesetzgeber das ändert, weiß leider keiner. Es sind hier auch mehrere Stellen beteiligt, also nicht nur die Bundesnetzagentur und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Der VDE reicht das auch nicht direkt beim Gesetzgeber ein, sondern das muss halt wirklich durch die Medien an den Gesetzgeber weitergetragen werden. Also kann ich jetzt hier nur sagen, werdet richtig laut. Also macht echt Stunk, damit das vielleicht echt gehört wird. Ich denke, das ist wichtig und ich finde den Vorschlag insgesamt persönlich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich ein guter, guter Schritt in eine vernünftige Richtung. Also was jetzt diese Normen angeht, zum Beispiel Schuko, Stecker und so weiter, da wurde der Entwurf bereits letzten Oktober vorgelegt und ist jetzt in der Kommentierungsphase. Die Kommentierungsphase bedeutet, dass momentan Verbraucher, Verbraucherschützer und auch die Hersteller das Ganze kommentieren dürfen. Also es ist öffentlich, um das Ganze dann maximal transparent zu gestalten und wirklich jeden mit einzubeziehen. Also klingt eigentlich noch eine sehr schöne Sache. Wenn diese Phase dann beendet ist, beziehungsweise ausgewertet wurde, dann geht es in die Endphase und der VDE hofft jetzt hier, dass es in diesem Jahr noch klappen wird. Aber eine genaue Aussage konnten die natürlich noch nicht treffen und ich denke, dass bei dem Thema es sehr viele Kommentare geben wird und das dauert dann halt. Ich denke, das ist verständlich. Ja, ich kann mich in der Stelle tatsächlich nur für eure Mitarbeit bedanken und auch für die coolen Fragen, die ihr gestellt habt. Also das sind echt Dinge, auf die komme ich jetzt auch nicht immer so auf Anhieb und aber einen ganz besonders großen Dank an Frau Rote vom VDE, die mir hier wirklich sehr viel erklärt hat nochmal. Also da waren wirklich nochmal Details, die ich nicht ganz verstanden habe und Abläufe auch und das hat echt geholfen. Wir planen auch ein Interview mit einem VDE-Technikexperten, der mir dann nochmal detailliertere technische Infos geben kann. Falls das klappt, werde ich euch natürlich auch wieder die Möglichkeit geben, eure Fragen loszuwerden. Und ansonsten bin ich auf eure Meinung und Kommentare gespannt zu dem Ganzen, würde mich über ein Abo und ein Like freuen und sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.